herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe hier auf serienhorizont in dieser ausgabe beschäftige ich mich mit einem anime film ich habe mich ja in letzter zeit mit einer anime serie beschäftigt aber jetzt mit einem film dieser film ist in dem sinne von dem ja kann man sagen der koryphäe vielleicht sogar von dem genie von dem genie hinter your name your name ist nicht nur einer meiner absoluten lieblings anime filme sondern vor allem der erfolgreichste und vielleicht sogar bekannteste anime film aller zeiten westen your name hat mich total vor einiger zeit vor ein paar jahren so mitgenommen ich gedacht habe das ist etwas was du der form nicht nur im hinblick auf anime sondern generell im hinblick auf wie es erzählt wird noch nie überhaupt in irgendeinem anderen film oder einer anderen serie egal ob anime oder realverfilmung oder anderes animations gedöns du das hast du noch nicht gesehen und das war schon beeindruckend beziehungsweise ist beeindruckend es ist beeindruckend in der in der hinsicht muss man einfach sagen dass your name einfach eine so schöne story hat und einfach vor allem so schön gezeichnet ist und letztlich eben einfach die story so stringent erzählt wird und du einfach so unfassbar auch sinnvolle und schön geschriebene charaktere hast ich sag's ja immer wieder dieses schön geschrieben ist natürlich im hinblick auf animes oder im hinblick auf animations geschichten natürlich vielleicht ein bisschen anders zu sehen als jetzt im hinblick auf filme oder serien wenn man sich ja zum beispiel real serien anschaut aber es ist nun mal letztlich entscheidend du hast hier kein drehbuch in dem sinne aber du hast ja trotzdem eine idee wie die geschichte erzählt wird und das war bei your name so beeindruckend dass ich gesagt habe ich will unbedingt von diesem mann noch mehr sehen deswegen habe ich dann im nachhinein habe ich dann sein 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 werk davor geschaut das ist ein kurzfilm der heißt the garden of words also spricht der garten der wörter auch ein wunderschöner film ihr könnt euch ein bisschen meine review dazu durchlesen auch eben im spoiler frei auf letterbox kann ich auch gerne noch mal hier unter den talk in dem sinne halt posten und natürlich auch meine review zu your name vielleicht habt ihr ja auch bock drauf aber nun zurück zu your name nein natürlich nicht zu weathering with you your name ist ein film habe ich so oft gesehen deswegen und ich liebe ihn einfach so deswegen ja habe ich ein bisschen auch gezögert weil ich gesagt habe wenn du jetzt etwas neues anguckst es kann eigentlich nicht besser werden es kann eher du kannst eher enttäuscht sein und deswegen habe ich lange davon gehört aber gedacht ja ich der ist gerade bei amazon prime in dem sinne ich habe gedacht ja aber den den willst du nicht wirklich gucken weil hinterher denkst du so es war mal so gut und es wurde so schlecht aber gott sei dank ist es ist das bei weathering with you nicht der fall ganz im gegenteil weathering with you ist ein überragender film der einfach anders erzählt und vor anders vor allem in dem sinne auch teilweise anders gezeichnet ist aber die haupt message wenn man so möchte ähnlich bei your name ist mehr als offensichtlich und ich habe überlegt ob ich hier auch eine metaanalyse mache aber ich glaube das braucht man gar nicht aber mir ist auf jeden fall wichtig dass ich hier definitiv anspreche dass letztlich der schaffer des ganzen immer eine gewisse agenda verfolgt kann man so sagen das heißt es geht oft um das thema natur wie der mensch zur natur steht wie der mensch in dem sinne auch überhaupt zu dem planeten steht zu unserer erde aber eben auch wie vielleicht sogar die moderne zu der tradition steht so in dieser in diesem zusammenhang und oft hat das auch was mit dem wetter zu tun und jetzt werde ich ein bisschen was zu dem inhalt sagen aber ich werde wirklich sehr wenig erzählen ich habe überlegt wirklich lange darüber nachgedacht was willst du eigentlich erzählen aber ich glaube ich würde fast so gut wie gar nichts erzählen wollen denn ihr sollt euch definitiv nicht hier spoilern problem ist man kann bei dem film nicht wirklich spoilern weil es nicht wirklich viel story gibt sondern die story beziehungsweise die schönheit dieses films ähnlich wie bei your name bei your name hattest du mehr auch so ein story twist am ende aber die schönheit des films ergibt sich vor allem aus mal wieder den figuren aus den sehr sehr interessanten figuren sehr gut geschrieben und vor allem der wunderschönen zeichnung das heißt du hast unfassbar tolle momente die eben dem fall hier mit dem wetter zu tun haben wie soll es auch anders sein wenn es heißt eben weathering with you gut wir haben jetzt einen 16 jährigen jung und dieser verlässt sein zu hause also spricht der der kein bock mehr auf zu hause wird auch nie genau gesagt warum auf jeden fall ja haut er ab und begibt sich er begibt sich dann in richtung tokyo auf dem weg dorthin also sprich auf dem schiff ich weiß nicht genau wo er herkommt meines wird auch nie gesagt ähm da fällt er in dem sinne fast vom schiff runter also da kommt in dem sinne so eine wetterkapriode in dem moment und er stürzt in dem sinne fast runter man hat so ein bisschen so titanik-weibes in dem moment aber entscheidend ist ähm was ich auch wichtig finde letztlich entscheidend ist dass er gerettet wird von einem ganz netten ja netten netten kollegen wenn man möchte also ein ganz netter mann der auch ähm ja jetzt nicht so alt wirkt ich schätze mal so mitte 40 so im dreh und einfach ein ganz netter typ und der sagt außerdem hat ja junge was machst du denn hier warum fällst du denn da so runter und so weiter und so fort und dann ähm frühstücken die ein bisschen miteinander aber ich glaube sie auf jeden fall sie essen ein bisschen und eben was und ähm der junge ist gar nicht mal so zurückhaltend man kann ja denken ja okay der verlässt jetzt seine seine familie und ist so ein bisschen auf ich sag nicht der flucht aber er könnte ja schon ein bisschen zurückhaltender sein aber nein er ist sehr offen was es anbelangt und freut sich vor allem eben darüber dass ihm letztlich geholfen worden ist weil er hätte halt wirklich da sterben können das ist eben dann kein ganzer spaß gewesen also der der mann hat ihm definitiv das leben gerettet nun kommen sie dann eben mit dem schiff da in tokyo an also da wohnt in dem sinne auch der ältere man und ähm dieser sagt ihm ja junge wenn du mal irgendwas hast irgendwie mal einen job brauchst oder ich dir irgendwie helfen kann hier hast du meine eine visitenkarte komm einfach dahin und erst mal probiert das halt so das heißt er schaut ob er es irgendwie auch anders hinbekommt und irgendwie klappt das noch nicht so ganz das heißt irgendwann merkt er ja so nach dem motto ja tokyo ist dann vor allem wenn man kein geld hat und wenn man auf sich gestellt ist als ja unter 18 jähriger ist eben auch nicht so alles so ganz so lustig und vor allem weil für diese ganzen jobs er hat auch schon dann auf dem schiff so nach neben jobs gesucht aber eben erst ja oberschüler das heißt er möchte am liebsten keinen ausweis zeigen müssen ist ja klar weil er eben auch abgehauen ist und von daher fällt ihm dann eben ein okay der hat mir auch damals da geholfen da melde ich mich mal also dann geht er dahin und ja dann ist da die wie es aussieht assistenten dass wir sind ja noch aufgeklärt aber die assistenten von diesem mann und er erzählt nachdem wir so ein bisschen geschnackt haben so und wir ganz gemütlich alles war ja hier junge wir machen das und das wir schreiben in dem sinne für man kann sagen vielleicht ein bisschen art yellow press also sprich so eine art jugendzeitung und es geht letztlich einfach darum dass es um so moderne wie war das so moderne geschehen also was in die richtung also eher so moderne legenden glaube ich wird gesagt und das hauptthema was man voll in ist weil es in tokyo gerade so viel regnet ist ein sonnenschein mädchen also sprich ein mädchen das die fähigkeiten besitzt dass sich das wetter ändert sprich dass die sonne rauskommt und diese legende beziehungsweise ja diese notwendigkeit die sehen eben gerade auch viele eben in tokyo eben auch aufgrund ihres berufs also sprich wenn du irgendwie händler bist oder keine ahnung hast ein restaurant und es ist einfach nur scheiß wetter dann kommen natürlich nicht so viele leute und deswegen wird dann in dem sinne dieses mädchen gesucht beziehungsweise viele interessieren sich dafür für diese möglichkeit dass man eben einfluss aufs wetter nimmt und ja genau es geht letztlich um dieses mädchen und dieses mädchen hat er schon kennengelernt das heißt sie hat ihm ein sie hat in einem restaurant oder hat ich sag mal hat mcdonald's oder so gearbeitet und hat gesehen ja der hat schon mal nicht so viel geld und der ist hier die ganze zeit und ist irgendwie nur eine suppe dem spendierste man burger ist dann halt letztlich dann irgendwie auch entlassen worden auf jeden fall treffen die sich halt wieder und über ein sag ich mal nicht so schönes vorfall geht es letztlich eben darum dass sie dann irgendwie miteinander kontakt aufnehmen und dann sagt der junge ach ja hier die habe ich ja kennengelernt da kann ich ja in dem sinne was dann zu schreiben ja also sprich er unterstützt ja jetzt diesen mann da mit seiner mit seiner art von seiner art von journalismus würde ich mal sagen und dieses mädchen heißt china und er heißt hudaka hudaka ist der und hudaka und sie sie freuen sich so ein bisschen an und er merkt eben dass das eben auch kein hier wischi waschi ist sondern sie kann tatsächlich kann sie das wetter verändern das heißt sie kann dafür sorgen dass das dass die sonne rauskommt also sie ist tatsächlich tatsächlich ein sogenanntes ähm sonnenschein mädchen also sprich das ist nicht nur so eine art masche sondern sie hat diese fähigkeit und nun fangen die eben an zu überlegen okay weil er sie mag und sich auch so ein bisschen sie verliebt und die ähm ja sie hat ihren ihre mutter verloren im jahr zuvor und hat nachdem das in dem Sinne passiert ist ja also die mutter befindet sich gerade im krankenhaus die ist wahrscheinlich ein bisschen später gestorben aber sie hat dann gesehen dass auf einmal ein riesiger in dem Sinne sonnenstrahl auf eine ganz bestimmte ähm ja hochhaus ähm stelle in dem Sinne geschieden hat und da ist sie einfach mal hingegangen und dann ist sie durch so eine art ähm ich weiß nicht ich würde sagen also eine art portal gegangen wie auch immer irgendwie so eine art schreien und dort hat sie eben diese fähigkeit dazu gelernt wie genau das alles abläuft und wie das aussieht will ich natürlich nicht verraten aber das kann man auf jeden Fall sagen weil das ist halt letztlich die Hauptprämisse also sie ist tatsächlich durch diesen Vorfall eben ähm hat sie diese diese Macht letztlich eben erlangt und sie kann das jetzt eben auch und dadurch dass sie es kann und ähm der Hodaka auch Bock darauf hat machen die einfach ein Business raus und sie ähm machen das vor allem auch für den Bruder äh von der Hina weil der ist in dem Sinne noch ähm ich glaube elf oder zwölf Jahre so in den Dreh und ähm sie muss ihn natürlich jetzt auch versorgen so sie sagt zu Hodaka am Anfang dass sie in ein paar Tagen 18 Jahre alt wird man kann sagen dass das nicht ganz die die Wahrheit letztlich war aber natürlich kann man verstehen warum denn sie muss ja irgendwie dafür sorgen dass ähm sie und ihr Bruder irgendwie über die Runden kommen und vor allem man darf ja nicht vergessen wenn sich herausstellt dass sie eben nicht ähm erwachsen ist dann gibt das eben auch ein gewisses Problem wenn man ehrlich ist denn wir dürfen ja nicht vergessen dass dann eben auch das Jugendamt halt sich melden könnte von daher das Ganze hat eben Gründe und sie nutzt eben ihre Fähigkeit um damit Geld zu verdienen eben wenn man so möchte für einen guten Zweck ist es also keine Hochstaplerin ganz im Gegenteil sie hat eben diese Fähigkeit und sie macht das nicht nur für sich sondern vor allem einfach eben auch weil diese ähm diese Fähigkeit letztlich eben auch ihre Leidenschaft darstellt sie macht das vor allem auch weil sie das liebt was sie da macht irgendwie diese ich sag mal diese diese Art anbeten dann zum Himmel und ja irgendwann ist halt so dass das Thema dann eben ähm wieder aufkommt dass der Junge eben abgehauen ist und was dann genau alles passiert das werde ich nicht mehr verraten also ich habe jetzt wirklich genau darüber nachgedacht was ich euch erzähle und das reicht aus das sind wirklich die absoluten Basics und damit kommt ihr glaube ich ganz gut klar und alles andere ist wunderschön und das sollte man definitiv alleine erleben oder in einer Gruppe erleben auf jeden Fall nicht zu viel darüber wissen und Weathering With You jetzt kommen wir weg vom Inhalt ist ein so überragend schöner Film weil der in dem Sinne Schöpfer was ähnliches macht wie bei Your Name und wie bei Garden of Words das heißt ich habe auch gesagt er hat als Thema oft sowas wie das Wetter letztlich eben auch die Schöpfung man so möchte also sprich es geht letztlich um unseren Planeten um die Erde und dass der Mensch auch sowas ist wie eigentlich nur ein Gast und dass das Wetter so nach dem Motto etwas Übergeordnetes ist also sprich der Himmel und ob es regnet oder ob es Sonnenschein gibt ist eher also man würde jetzt fast hier sagen es ist nicht physisch letztlich bedingt oder die Physik ist in dem sie nicht entscheidend ja sondern vielmehr ist es etwas ja spirituelles so und sie bekommt eben diese Fähigkeit eben als Sonnenscheinmädchen dass sie ja in gewisser Weise eben mit diesem Himmel verschmelzen kann so wird es eben auch gesagt nur wie man sich denken kann bedeutet eine solche Fähigkeit natürlich auch ein gewisses Risiko und dieses Risiko wird ab dem Zeitpunkt eben dann zu einem großen Thema in dem Moment als sich herausstellt dass in dem Sinne der Hodaka und die Hina ihren Geschäft in dem Sinn aufziehen aufziehen und das Ganze wirklich auf sehr sympathische Art und Weise eben durchführen in genau dem Moment zeigt dieser Film das eigentlich besondere nämlich dieses wetterhaftige sag ich mal ab dem Moment ist nämlich alles auf Schönheit ausgelegt also du siehst halt jegliche Sonnenstrahlen und du siehst einfach wie in dem Sinne die Wetterwolken verschwinden und wie die Sonne rauskommt und das was wir ja sonst als selbstverständlich in dem Sinne erachten ist in diesem Film etwas herausragendes etwas wichtiges etwas so nach dem Motto wir wir gönnen uns oder besser gesagt wir leihen uns eben vom Himmel oder vom Gott oder wem auch immer von einem übergeordneten einem vielleicht auch irgendwie wie ich es sagen von etwas was wir auch nicht wirklich erklären können was nicht in unserem in dem Sinne normalen Verständnis letztlich liegt da da leihen wir uns eben die Möglichkeit dass die Sonne eben rauskommt das heißt die Sonne wird hier angesehen als etwas was ein Geschenk darstellt ein Geschenk und es geht letztlich auch darum dass die Menschen in dem Sinne wirklich dann auch etwas dafür tun dass sie genau dies bekommen und ich persönlich glaube und ich will jetzt nicht in die Meta-Analyse gehen weil da habe ich mich jetzt gegen entschieden aber ich glaube man kann so viel kann man dazu sagen wenn man sich anschaut dass ich gesagt habe dass in your name das Thema eben auch zum Beispiel Wetter ein ist und ich gesagt habe dass zum Beispiel in dem Film Garden of Words da geht es auch darum dass es regnet und dass es dann eben Sonnenschein gibt und immer wenn es regnet ich weiß nicht mehr ganz genau auf jeden Fall dann treffen die sich und wenn es nicht regnet dann treffen die sich nicht um den Dreh das heißt das ist halt wirklich ein Thema was übergeordnet ist findet in drei Filmen alleine statt von daher ist ja dem Schöpfer dieses oder diesem sag mal dem Meister dahinter ist dieses Thema ja extrem wichtig und schon in Your Name ging es auch um letztlich um gar nicht mal den Aspekt der Liebe also hier geht es ja auch schon in gewisser Weise um Liebe oder zumindest Verliebtheit aber es geht auch in Weathering with You genau wie in Your Name und auch in Garden of Words es geht eher um eine Art von Freundschaft es geht darum dass du meistens zwei Persönlichkeiten hast zwei Figuren die aufeinander treffen und die miteinander in dem Sinne die sich an wie soll man es sagen die lernen sich in dem Sinne so nach und nach kennen und sie merken dass eine Verbindung dazwischen besteht das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt in allen drei Filmen geht es ums Wetter es geht um etwas in dem Sinne größeres als unser 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 Leben sondern es geht auch oft um auch um die Fragen des Jenseits und wie auch in diesem Film und wie das Diesseits mit dem Jenseits in dem Sinne auch in Zusammenhang steht ist ein ganz wichtiger Aspekt gerade bei Your Name es geht auch in gewisser Weise auch um Zeiten und um Zeitsprünge das ist hier allerdings nicht so der Fall aber man könnte in gewisser Weise hier interpretieren und es geht halt vor allem um das Zwischenmenschliche es geht um Liebe aber eher teilweise auch eben um Freundschaft um dass Menschen einfach nicht einsam sind und ich persönlich glaube dass diese gesamte Wetterthematik eines letztlich eben aussagen soll weil wenn Tokio monatelang einfach in einem sag ich mal in einem Regen in einem Regen eingehüllt ist dann wäre das für mich nicht gerade eine Überraschung wenn der Schöpfer oder der Theater dahinter uns oder dem ja dem dem Zuschauer etwas mitteilen möchte und zwar glaube ich dass die Message sowas ist wie die Menschen wie ich gesagt habe müssen dafür etwas tun dass es ihnen besser geht das heißt wenn sie sich unangemessen verhalten dann wird der Regen weiterhin vorhanden sein wenn sie aber etwas Größeres vielleicht gemeinsam dafür tun wenn sie sich vielleicht in gewisser Weise dafür hergeben vielleicht sogar auch opfern vielleicht ist nicht körperlich zu sehen aber vielleicht geistig in dem Falle dann wird ihnen in dem Sinne diese Gabe zuteil oder eben dieses Geschenk zuteil und ich persönlich glaube dass das auch gerade in Garden of Words immer wieder diese Thematik eben gab dass der Regen hier nicht als nur als ein Wetter also als eine eine Form des Wetters eben zu verstehen ist sondern eher als ein Ausdruck von Tristheit von Traurigkeit vielleicht sogar von Einsamkeit ich glaube Einsamkeit ist das was hier am ehesten glaube ich zutrifft denn wenn wir uns anschauen dass ich gesagt habe dass das Mädchen die Fähigkeit gelernt hat als sie im Krankenhaus bei ihrer Mutter war und wir haben ja hinterher erfahren dass die Mutter dann eben gestorben ist das heißt genau in diesem Zusammenhang ob das jetzt genau danach war davor war ich weiß nicht genau wann die Mutter genau gestorben ist das wird auch nicht gesagt aber wir gehen davon aus dass das der Fall war das heißt es hat zu dem Zeitpunkt ja geregnet und auf einmal kommt in dem Sinne dieser Strahl wie ich gesagt habe und dann wird sie dahin geleitet und dann bekommt sie diese Fähigkeit ich persönlich glaube dass der Sonnenschein oder der Sonnenstrahl wie auch immer dieses dass die Sonne in dem Sinne aufgeht dass das hier wirklich als eine Art Metapher eben zu sehen ist und ich glaube dass das auch extrem wichtig ist das heißt immer dann wenn etwas Positives passiert kommt die Sonne zum Vorschein und in diesem Film in Weathering with You kommt sie so wunderschön zum Vorschein in verschiedenen Formen zum Beispiel man sieht eben teilweise geht der der Himmel so richtig auf dann siehst du manchmal erstmal nur so ein paar kleine Sonnenstrahlen dann siehst du aber die gesamte Stärke der Sonne und so weiter und so fort also ich glaube es geht letztlich darum dass Tokio wenn das in dem Sinne der Alltag darstellt und wenn die Menschen vielleicht die Menschen miteinander dann nicht im Rhein sind wenn es oft auch Streitigkeiten gibt vielleicht sogar auch kriminelle Machenschaften und so weiter und so fort also das sag ich mal Unschöne von Tokio letztlich eben vorliegt dann ist es halt dass Tokio ja sich eben im Dauerregen befindet aber zumindest hat eben dann diese diese Aktion eben dieses dieses Sonnenscheinmädchens eben dazu beigetragen das heißt hier haben wir einmal den Aspekt abge ja abgefrühstückt wenn man so möchte wenn es eben um diese Fähigkeit geht und um die Gabe und letztlich eben auch was hier eben aussagt nämlich Regen und Sonnenschein warum es hier ein sehr sehr großen Kontrast letztlich gibt und der eben auch genauso gewollt ist ich glaube persönlich aber und da bin ich mir ziemlich sicher dass eben das zweite große Thema ist das habe ich auch angesprochen ähm ich weiß nicht genau wie ich das sagen soll aber ich glaube das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ich habe ja von Tradition gesprochen und von Moderne und wir haben ja jetzt am Anfang gelernt so nach dem Motto der Junge kommt ja dahin und soll ja ich sage mal so der soll eigentlich über was berichten was so in das heißt irgendwie moderne Legenden das ist eigentlich etwas einfach nur um Geld zu machen also da glaubt keiner dran das ist bla bla das sind irgendwelche möchte gern ähm Fähigkeiten von irgendwelchen Menschen und die Typen egal wer die tun so als könnten sie das um damit Geld zu verdienen also sprich es geht glaube ich darum dass man einfach unseriös damit ein Geschäft betreibt und der der Mann ähm der Chef von dem Huda Kadei sagt das ja auch in gewisser Weise ja für die Jugend ist das ja scheinbar toll egal was letztlich eben gezeigt wird oder worüber wir berichten scheiß drauf nach dem Motto entscheidend ist die Leute kaufen die Kacke und fertig so so hört sich das halt an das heißt das was er macht macht er nicht aus voller Leidenschaft macht er nicht aus Überzeugung sondern eher so ja damit kann man halt ein bisschen Geld verdienen und von daher machen wir das halt so in die Richtung aber ich persönlich glaube dass nun der Begriff der Moderne und der Tradition dass diese beiden in dem Sinne ich sag nicht dass hier ein Kontrast vorliegt aber dass wenn am Anfang dass der belächelt wird und ich auch gedacht habe ja guck mal hier irgendwie Wuthering with you weil der der deutsche Zweititel ist irgendwie das Mädchen die die Sonne glaube ich berührte ich hab gedacht so ja so what irgendwie das ist ja so ein richtig dummer deutscher Titel hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun und doch dieser Titel schildert genau das in dem Sinne so und es wird eben am Anfang hab ich ja gesagt es wird nicht so ganz wahrgenommen es wird eigentlich auch ein bisschen belächelt und auf einmal ist es eben dann doch so dass wir so ein paar Zusatzinformationen bekommen als Zuschauer das heißt wir lernen in gewisser Weise lernen wir dass das schon oft so der Fall war das heißt sie ist nicht das erste Mädchen die diese Fähigkeit hat sondern es ist eher eine Tradition es ist eine Tradition die hier vorliegt wenn man so möchte und ich hab ja gesagt ich geh auch nicht darauf ein aber ich hab ja gesagt dass eben diese Fähigkeit und diese Gabe eben dann trotzdem irgendwann auch umschlagen kann und meiner Meinung nach ähm ist genau das so gedacht das heißt der Junge kommt da hin für ihn ist Tokio er sagt auch oft am Anfang so deswegen auch nochmal dieser Zusammenhang hier mit dem Wetter und mit diesem mit der tristen und einsamen einsamen Stimmung eben er kommt da hin und sagt so oh Tokio er sagt am Anfang mal ja Tokio Tokio ist der Wahnsinn Tokio ist äh ist krass und so weiter und manchmal glaube ich denkt ihr auch Tokio ist ein bisschen übertrieben Tokio ist teilweise einfach eine riesige Stadt eine Millionenstadt und vielleicht ist das nicht genau das Richtige für ihn weil bei Your Name zum Beispiel zum Beispiel hast du eben diesen großen Kontrast gesehen oder diesen riesigen Unterschied zwischen dem kleinen Dorf in der Nähe von Tokio und dann eben dieser riesigen Metropole und wir lernen eben als Zuschauer dass eben dieses ähm Sonnenscheinmädchen eben etwas ist was einfach schon seit Jahrhunderten in dem Sinne der Fall ist und das ist halt auch etwas was glaube ich hier ähm ein wichtiger Aspekt ist es geht letztlich auch um das japanische ähm also dieses japanische Feature von mir aus auch die japanische Charakteristik dass du einmal diese moderne dieses moderne Japan hast ja also sehr auf ich sag mal Konsum aus auf Kapitalismus aus und letztlich eben auch einfach darauf aus die Leute müssen ihnen Geld verdienen und egal wie sie es machen es geht letztlich einfach irgendwie darum Geld zu verdienen und dann eben auch so ein bisschen eben genau das wie ich gesagt habe eben dass die Tradition mit rein spielt dass es hier wirklich auch um Überzeugung geht um Leidenschaft und letztlich auch um Liebe zum zu der Begabe weil das ähm die ähm China sagt dann außerhalb des Motto sie liebt oder sie hat sich verliebt und dann denkst du in dem Moment halt als Zuschauer oh sie hat sich in Hudakka verliebt aber sie sagt erstmal nur so sie hat sich in das verliebt was sie da gerade macht also es ist für sie nicht nur einfach irgend eine Möglichkeit schnell Geld zu bekommen sondern zu verdienen sondern vielmehr eben auch Menschen eben eine Freude zu bereiten und das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt also die Moderne die aber in gewisser Weise hier eben ähm also dieser dieser Moderne diese Moderne vielleicht sogar Skepsis ja das Motto dass die Leute da sich darüber lustig machen über ein mögliches Phänomen sie sie nehmen es gar nicht als echt wahr sondern sie sagen einfach ja scheißegal ich bezahle hier weiß ich nicht 20.000 Yen japanische Yen und dann ähm kommt ein bisschen der Sonnenschein eben zum Vorschein für von mir aus sagen wir mal fünf Stunden ich kann damit einfach ein bisschen mehr Geld verdienen das heißt ihnen egal wie es letztlich dazu kommt aber für ähm die China wird das in dem Sinne halt nicht nur Beruf sondern letztlich in Berufung letztlich sowas wie ja ein Verschmelzen in dem Sinne und als allerletzten Aspekt den ich auch noch ansprechen möchte und dann ist es aber wirklich jetzt vorbei ist ein bisschen lang geworden der Talk aber ich finde einfach dass man hier eben alle drei ähm Werke in dem Sinne hier in Gänze ansprechen sollte deswegen ein bisschen länger sollte es schon sein ähm deswegen sag ich mal es ist eine Review und keine Kurzreview es ist schon eine Review ähm ich würde sagen letztlich ist auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt und das ähm sollte man definitiv nicht unterschätzen ist ähm ja die Liebe beziehungsweise die Thematik der Freundschaft dieses Gemeinsame weil ich glaube einfach dass oft gelten ja diese riesigen Metropolen als ein Ausdruck davon dass die Menschen die können zu sag ich mal Millionen also man kennt ja diese man kennt ja diese diese Bilder von Tokio irgendwie da sind dann einfach gefühlt hunderttausend Menschen in einem Ort und gehen gefühlt über eine Straße ihr kennt ja diese ich weiß gar nicht mehr wie das Viertel heißt aber ähm in dem in der Serie die ich ja auch besprochen habe hier in in ähm in Borderland da habe ich ja auch angesprochen dass die ja irgendwie dann sich in diesem Viertel befinden und auf einmal sind halt alle weg das heißt du hast hunderttausende von Menschen sage ich einfach mal an einem Ort aber in Wirklichkeit hast du eben hunderttausende Menschen die teilweise miteinander nichts zu tun haben also die Anzahl der Menschen ist nicht entscheidend es geht darum ob die Menschen auch miteinander kommunizieren miteinander miteinander interagieren ob die miteinander sozialisieren oder so möchte also socializing würde man sagen auch das ist ja wieder so ein Begriff der meistens eben negativ konnotiert wird meistens in heutiger Zeit ja also wir socializing es geht gar nicht darum dass man miteinander wirklich was zu tun haben möchte nein man socialized äh weil das irgendwie so in ist so ungefähr ja also nicht die Menschen stehen im Vordergrund sondern dieses ja das macht man halt so so socializing so ich glaube gar nicht weil dass man das auch hier lächerlich ansehen sollte ich glaube dass dieser Aspekt dass der Junge eben abgehauen ist ähm und dass er halt sich vielleicht sogar von Tokio was Großes versprochen hat ich glaube das ist entscheidend dass er meiner Meinung nach auch wird es es wird nicht gesagt es wird auch nicht gezeigt es wird auch nicht irgendwie angesprochen aber ich glaube es ist auch wirklich so eine ähnliche Message dass wenn du dich in so einer riesigen Metropole befindest heißt das nicht dass es dir gut geht das heißt nicht dass das in dem Sinne deine Glückseligkeit letztlich ausmacht denn die Glückseligkeit die musst du dir selbst beschaffen egal wo du dich befindest in der Welt vor allem in so einer riesigen Metropole wie eben Tokio du kannst in so einer riesigen Metropole wo es so viele Menschen gibt trotzdem der einsamste Mensch überhaupt sein also brauchst du eben eine Freundschaft vielleicht sogar eben in dem Falle eine besondere Verbindung zu anderen Menschen um entweder was Gutes was Großartiges zu leisten oder eben letztlich dir selbst einen Sinn zu verschaffen machen möchte ich möchte nicht zu viel in diesen Film und auch in die in die Filme Your Name und Garden of Words rein interpretieren aber wenn ihr halt alle drei Filme gesehen habt dann werdet ihr glaube ich verstehen warum dieser Aspekt immer wieder zum Vorschein kommt warum hier immer wieder genau das angesprochen wird es geht oft einfach um ein Gemeinschaftsgefühl um etwas gemeinsam zu erleben und gemeinsam in dem Sinne etwas ja vielleicht sogar zu kreieren ja also nur gemeinsam geht es ob das jetzt zwei Leute sind drei Leute sind vier Leute sind aber es geht nie darum dass du einen einsamen Helden hast in dem Sinne sondern es geht immer darum dass die an sich auf also für sich gesehen arm dran wären und keine Chance hätten also natürlich könnte man sagen das Mädchen hier die Hina die könnte ihre Fähigkeit nutzen aber ohne zu viel verraten zu wollen nur am Anfang hinterher nicht mehr es ist dann schon so dass sie dann eben darauf angewiesen ist und letztlich als Fazit muss ich sagen dass Weathering with You ein Film war von dem ich in Anführungsstrichen lange Zeit Angst hatte ich dachte ich möchte mir in dem Sinne nach Your Name nach diesem Meisterwerk nichts anschauen was am Ende dann vielleicht sogar nur 0815 erscheint und einfach letztlich nichts besonderes ist ich wollte das nicht aber als ich gemerkt habe okay ich gucke gerade eh Anime und wir haben eben auch ein bisschen darüber gesprochen und so weiter und da habe ich gedacht ist da jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit guck da einfach mal rein jetzt und ja und du wolltest eh noch eine Review jetzt aufnehmen noch eine Zusatzreview jetzt weil die nächsten Talks ja eben dann noch ein bisschen jetzt dauern werden erst in der nächsten Woche nächstes Wochenende also übernächstes Wochenende wenn man so möchte von daher dann macht das doch genau jetzt und guckt einfach mal wie es wird und ich kann sagen das ist ein wunderschöner Film aber ich kann euch raten schaut als erstes Garden of Words ich glaube den gibt es bei Amazon Prime immer noch oder bei Netflix werdet ihr glaube ich finden und schaut auf zu 100% Your Name das kann ich immer wieder nur sagen ist einer der schönsten Filme überhaupt Filme gar nicht mal im Anime Bereich generell einer der schönsten Filme überhaupt einer der schönsten Stories einer der schönsten Geschichten und vor allem wie diese Geschichte erzählt wird wie sie dargestellt wird wie auch so ein Geheimnis daraus gemacht wird und so weiter und so fort und dann schaut auf jeden Fall Weathering With You ich hab noch nie ein Thema das es einfach um Regen und um Sonnenschein geht was sich wirklich mega lame anhört wenn man ehrlich ist in so interessanter Form erlebt also dieser Schöpfer dahinter ich werd auch extra nochmal nachgucken wie der heißt ich werd's euch nochmal reinschreiben also ich verlinke's halt nochmal allein dadurch dass ich eben dann meine Reviews eben meine schriftlichen Reviews zu den ersten beiden Filmen nochmal poste hier unter den Talk ich hab das noch nie in so besonderer Form erlebt also es ist eigentlich etwas was sag ich mal keinen wirklich ansprechen sollte und der Film an sich wird jetzt auch nicht so eine große ähm ja er hat jetzt keine Strahlkraft wie Your Name also es ist kein absolutes Meisterwerk aber trotzdem gebe ich dem Film ich hab ja Your Name eine 10 gegeben und ich möchte diesem Film eine 8,7 geben und damit eben einen 9 von 10 ich finde dass man diesen Film definitiv schauen sollte denn er tut einem gut der Film ist 2019 rausgekommen hab ich gesehen und ich finde gerade in der Zeit ich sag's immer wieder und es ist auch eigentlich blöde dass ich's immer wieder anspreche aber in einer Zeit in der Corona immer noch nicht fertig ist in einer Zeit in der so viele Menschen so auch irgendwie den Halt im Leben verlieren und auch einfach irgendwie die Schönheit des Lebens nicht mehr sehen so ganz knallhart gesagt in so einer Zeit tut so ein Topic einfach mal richtig gut es tut mal gut was Besseres zu erleben was Schöneres zu erleben was aufhellend ist dieser Film ist genau wie die Thematik selbst wenn in dem Sinne die Regenwolken verschwinden und wenn der Sonnenschein rauskommt ist das ein aufhellendes Gefühl so blöd also blöd dass ich's anhören mag für den Körper und für die Seele also jetzt mal ganz ganz übertrieben gesagt so richtig spirituell ausgerückt und das ist etwas was ganz vielen Menschen gerade ganz gut tun kann von daher wenn ihr ne scheiß Zeit habt und ihr habt immer so ein Prime Video dann schaut euch den Film an ihr müsst dafür nichts bezahlen ihr habt ja in dem Sinne schon den Streamdienst eben gerade zur Verfügung und dann macht euch einfach eine schöne Zeit das sind 110 Minuten und die 110 Minuten werden euch einfach gut tun das kann ich euch definitiv zu 100% versprechen und damit wäre ich durch das war meine Review leider ein bisschen länger geworden aber ist nicht schlimm meine längere aber vor allem ausführliche und auch gut gemeinte und wirklich auch mit voller Überzeugung gemeinte eben Review zu zu Weathering With You zu ja eigentlich den drei Meisterwerken von ich meine er heißt Shinkai glaube ich mit Nachnamen ich bin mir gerade nicht mehr sicher wie er mit Vornamen heißt auf jeden Fall von einem ganz ganz besonderen Künstler wie ich finde und schaut euch bitte unbedingt den Film an ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen das war es damit macht es gut und bis zur nächsten Ausgabe hier auf Serienhorizont Tschüss